Servus! Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, was ich davon halte, die Vorzeichnung seiner Bilder zu projizieren und was es noch für andere verwerfliche Methoden gibt. Aus aktuellem Anlass, denn ich war vor kurzem in der Albertina gewesen und habe da Bilder von Gottfried Hellenwein gesehen. Aber bringt es mich dazu, diesen Video hier zu machen, weil mir das jetzt in den letzten Jahren des Öfteren aufgefallen ist. Denn es ist so eine Sache, die auch dann bei den Bildern dazusteht. Also das heißt, die Leute wissen das jetzt eigentlich auch in der Regel gar nicht, wenn sie die Bilder anschauen. Und parallel dazu ist es einfach auch so, dass es so ist, dass wir im Internet haben wir gerade im Moment so eine Bewegung, wo unheimlich viel so fotorealistisch gemalt wird und gezeichnet wird. Und da ist es eben so, dass sich da ein abgepinselt wird. Und da gibt es zum Beispiel Instagram-Filme, die da Wahnsinn sind. Also wo du das Gefühl hast, da ist ein weißes Blatt und jemand fängt mit einem Auge an und macht dann das andere Auge. Was wir dann bei der Kamera dann oft nicht sehen, das ist, dass es eine ganz feine Bleistiftzeichnung gibt, die da drunter liegt. Das ist das eine. Also das heißt, es ist jetzt keine Wundersache, die da passiert. Die andere Sache, die da passiert, ist, dass die Leute das meistens gepaust oder projiziert haben. Ja, und da möchte ich heute mal drüber sprechen. Denn für mich ist es eben so, dieses Pausen oder Projizieren finde ich jetzt als allererstes mal für einen Lernprozess äußerst ungünstig. Denn man lernt wirklich tatsächlich nichts. Also man lernt das Zeichnen. Und es ist tatsächlich so, dass ich aus meiner Erfahrung, kann ich jetzt sagen, dass ich relativ viel Kurseschock gemacht habe, wo es eben auch so war, dass Schüler eben nicht so gut gezeichnet haben. Und somit hat man sich behelfen können, indem man dann die Vorlage nimmt und projiziert oder paust. Das schafft natürlich erst einmal die Zeichnung aus dem Weg und viel Stress dem Schüler vom Hals. Was natürlich dann wiederum damit einhergeht, dass das Ergebnis einigermaßen ansehnlich ist, weil dann das Malen und das Heldunkel, das ist dann doch tatsächlich einfacher, als eine richtige Zeichnung zu machen. Und die andere Sache ist eben auch so, dass der Lernprozess, der dann da mit einhergeht, gleich Null ist. Die drei Säulen des bildnerischen Gestaltens sind die Zeichnung, das heißt die Konstruktion. Das bedeutet, dass man Proportionen, Größenverhältnisse abschätzen lernt. Die zweite Stufe sind dann die Heldunkelunterschiede oder wie wir in der Szene sagen würden, die Tonwerte. Das bedeutet, die Tonwerte schaffen den Realismus und auch die Räumlichkeit, also die Plastizität eines Körpers oder eines Raumes oder einer Raumempfindung. Und das dritte, um was es geht zu lernen, das ist die Farbe. Und die Farbe ist dann auch so, dass da natürlich dann jetzt relativ viel mit einhergeht. Also das heißt eben Farbperspektive, Kontraste und, und, und. Also das sind einfach auch diese drei Säulen, auf denen das steht. In der alten Malerei war das so, dass die alten Meister so auch gelernt haben. Also da war das einfach so, dass die Schüler erst mal kamen, haben die Materialien kennengelernt, haben erst mal einfache Arbeiten machen dürfen. Als weitere Stufe war das dann so, dass sie erst mal das Zeichnen gelernt haben. Das heißt, sie haben das Messen und die Konstruktion gelernt. Und auf das aufbauend haben sie dann die Tonwerte reingesetzt, auch wiederum mit der Zeichnung. Nachdem sie dann da einigermaßen firm waren mit den Tonwerten, also die hell-dunkelunterschiede darzustellen, hat man natürlich auch in der alten Malerei, die die hell-dunkel Tonwerte oft als Untermalung gemacht. Also ich rede jetzt eben von der alten niederländischen Malerei oder die altdeutsche Malerei oder die italienische Malerei, wo es einfach mit einer Schwarz-Weiß-Untermalung gegangen ist und dann Lasuren drüber kamen. Was dann bedeutet hat, dass man als allererstes mal die Form geschaffen hat mit dem hell-dunkel und dann hat man wiederum die Farbe getrennt und hat dann die Farbe als Lasur draufgesetzt. Das war in dem Fall der normale Lernprozess eines Malschülers. Für mich ist es auch so, dass es ganz geschickt ist, heutzutage auch ein bisschen so vorzugehen, weil dann man nicht mit allen gleichzeitig konfrontiert ist. Das heißt, ich konzentriere mich erst auf die Konstruktion, dann auf die Konstruktion mache ich dann das hell-dunkel und vom hell-dunkel gehe ich dann zur Farbe. Und jedes der Gebiete ist massiv, muss man ehrlich sagen. Und jetzt ist es so, dass das heutige Thema des Videos das ist, dass ich darüber sprechen möchte, dass dieses Projizieren tatsächlich einem nicht wirklich was bringt. Und interessanterweise, wenn ich immer diese Bilder anschaue, finde ich sie teilweise relativ kalt, obwohl die Konstruktion ganz wunderbar ist, weil natürlich akkurat. Andererseits fehlt mir dann trotzdem auch ein bisschen die Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist für mich auch oft Interpretation. Und deswegen würde ich euch anraten, grundsätzlich nicht unbedingt zu projizieren. Wenn ihr aber unsicher seid mit den Formen, dann gibt es eben dann einen anderen Weg, dorthin zu kommen, nämlich über ein Raster. Über das Raster, da werde ich mal gesondert meinen Film machen, weil ich arbeite immer wieder mal damit und auch schon unsere großen alten Vorfahren wie der Angelo Michel oder andere Maler haben ganz oft eben ihre Zeichnungen dann über ein Raster übertragen in ein größeres Format. Ich verwende das Raster oft, um von einer kleinen Skizze oder von einer Fotografie dann ins große Format zu kommen, damit ich eben nicht zu viele Proportionsfehler habe. Der Vorteil beim Raster ist tatsächlich, dass ich dann innerhalb der Quadrate und innerhalb dieses Koordinatensystems immer noch vergleichen muss. Sprich, ich lerne trotzdem das Zeichnen. Der Anlass, dieses Video zu machen, war ein künstlicher Besuch in der Albertina, wo ich dann Bilder von Hellenweinen gesehen habe. Und es hat mich wieder daran erinnert, dass das in den letzten Jahren mir öfters aufgefallen ist, dass zusätzlich zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit dem Raster oder besser gesagt mit dem Projizieren, es ist so, dass ganz oft dann Maler, die einen relativ aufwendigen Produktionsweg haben, also das heißt Bilder, die sehr aufwendig entstehen und sehr arbeitsintensiv sind und die aber erfolgreich am Kunstmarkt sind, da ist es eben so, dass die Galeristen natürlich nach Bildern schreien und sie aufgrund ihres langwierigen Weges dann den Bedarf nicht unbedingt decken können. Und um das dann zu umgehen, benutzen sie natürlich Abkürzungen. Jetzt kann man natürlich sagen, in der Kunst ist es jetzt nicht so wichtig, wie jetzt der Weg ist, also Kunst kommt nicht von können, bla 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 und das Ganze. Was mich aber ein bisschen ärgert ist, dass das nicht unbedingt als solches gekennzeichnet wird. In den letzten Jahren sind mir zwei große Fälle aufgefallen, ich kann euch aber noch andere Beispiele nennen, wo die Künstler so vorgehen und der Hellwein ist einer, der das schon auch seit einigen Jahren betreibt. Also er hat am Anfang viel projiziert, er hat dann diese Aquarelle gemacht, die waren sehr zeitintensiv, wie er die gemacht hat und in den letzten Jahren hat er diese großformatigen Arbeiten gemacht und da war es so, bei manchen der Arbeiten war es so, dass er zum Teil einfach auch die Fotos dann gelassen hat. Das heißt, seine Fotovorlagen wurden dann auf große Leinwände gedruckt. Und in den letzten Jahren ist es eben so, dass er diese Fotovorlagen auf diese Leinwände drucken lässt, egal wie groß sie sind, und dann malt er noch drüber. Also sprich, er koloriert es ein bisschen. Also das heißt, er macht dann Glanzlichter und ich zeige euch da auch einige Beispiele jetzt, wo ihr sehen könnt, dass er da dann zum Teil manche Sachen gar nicht mehr wirklich gut übermalt hat. Wobei man muss dann sagen, dass der Hellwein einer von denjenigen ist, die noch relativ viel ihre Fotovorlagen übermalen. Da gibt es noch andere, die das ein bisschen schlampiger machen. Und hier sieht man das dann auch ganz gut, dass in den Haaren dieser Frau das so ist, dass man dann schon die Fotografie noch erkennen kann. Da hat er sich dann immer die Mühe gemacht, die einzelnen Strähnen zu malen und noch zu differenzieren. Da hat er einfach auch die Bildinformation, die der Druck auf der Leinwand hinterlassen hat, hat er dann so genommen. Ein anderes Beispiel seht ihr jetzt hier. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Emblem dieses Soldatens oder irgendeine Medaille. Und da kann man es dann auch ganz gut sehen, dass so dieses Fotografische jetzt da relativ gut zu sehen ist und das nicht unbedingt aus einer Malerei entsteht. Er geht dann einfach her und setzt dann ein paar Glanzlichter drauf und lässt dann aber den Rest dann auch, wo er dann Lasuren gibt. Und somit wirkt es dann auch ein bisschen malerisch. Die Sache, die mich da in der Hinsicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ärgerlich stimmt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das ist, dass die Leute dann davorstehen und sagen, oh Gott, das ist ja Wahnsinn, was der so macht. Aber tatsächlich ist es nicht ganz so wahnsinnig, wenn man weiß, wie es gemacht ist. Und die zweite Sache, die mich ärgert, ist, dass das nicht kommuniziert wird. Da war es so, dass ich auch wie die große Hellweinausstellung in der Albertina war, war es so, dass die Kunstvermittlerinnen dann eine Kuratorenführung bekommen haben und da wurde das auch gar nicht erwähnt, dass diese Technik dann so ist. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist wichtig, das Resultat und so. Aber tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, finde ich das dann auch ein bisschen langweilig. Und, was dazu kommt, auch ein bisschen tot. Ein zweites Beispiel, das ich da euch noch zeigen kann, das ist auch wiederum eine österreichische Künstlerin, die ich sehr schätze, die Xenia Hausner. Und ich war ein totaler Fan von ihren Bildern, weil sie einfach so eine fantastische Behandlung von Farbe hat. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man dann die Bilder auch in echt zieht, ist es einfach toll, das zu sehen, wie Farbe aufgetragen ist, wie diese Kontrastfarben nebeneinander stehen. Und also sehr beeindruckend. Und da war es dann so, dass vor einigen Jahren auch eine Ausstellung bei der Sammlung Essel war. Und mein Freund En und ich sind da reinmarschiert und waren dann erst mal relativ erstaunt. Wahnsinn, die Zeichnung, total irre. Was dann passiert ist, das ist, dass wir dann näher an die Bilder rangegangen sind. Und wir haben dann festgestellt, dass die Zeichnung eigentlich gar nicht vorhanden war, weil das großformatige Fotografien, die auf Alu-Dibond geklebt wurden, waren. Und sie hat dann einfach nur ein bisschen so ausgemalt. Und das hat sie dann schon in den Jahren davor immer wieder gemacht, dass sie dann großformatig Fotografien ausgedruckt hat und hat dann einfach so auf Kissen oder auf Hintergründe einfach so ein paar Muster draufgemalt. Hat ein wenig die Wangen gerötet und hat einfach ein bisschen koloriert. Das hat sie aber weiterentwickelt in dem Falle, dass sie dann auf diese Alu-Dibond-Sachen dann nicht mehr mit Acrylfarbe draufgearbeitet hat, sondern mit Ölfarbe, wo man natürlich viel mehr Kontrolle hat, die Farbe auch wieder wegzunehmen. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel die Fotografie zu stark übertüncht, dass man dann einfach auch wiederum an die Fotografie rankommt, die unten drunter liegt. Also sprich, die Fotografie ist die Untermalung und dann wird die Ölfarbe noch drüber gesetzt, um ein paar Akzente zu setzen. Also das sieht man dann auch an so Randstellen, die nicht ganz so wichtig sind, weil nämlich bei den Figuren ist es mehr gearbeitet. Und so an den Ecken und Rändern, wo dann Gegenstände sind oder Lichtschalter, ist dann einfach nur mal so ein Glanzlicht draufgesetzt. Und der Rest ist tatsächlich dann die Fotografie. Also da ist es noch viel schwächer überarbeitet. Und da war es so, dass ich das dann auch nicht mehr so interessant fand wie ihre früheren Arbeiten, weil die früheren Arbeiten haben sich dadurch auch ausgezeichnet, dass sie eine andere Körperlichkeit hatten. Das waren großformatige Arbeiten, die auf Spanplatte gemacht wurden. Und diese Spanplatten, die sind echt riesig gewesen und natürlich auch wahrscheinlich auch relativ schwer zu bewegen. Und sie hat auch sehr zeitintensiv gearbeitet. Das hat man auch gesehen, dass sie halt einfach lange für ein Bild braucht. Und was mir so gut gefallen hat, das ist eben dann diese Verzeichnung, dass dann die Anatomie oder die Physiognomien einfach auch ein bisschen so eine Interpretation, so ein Drall bekommen haben. Und dadurch haben sie dann auch einen Charakter bekommen. Also für mich ein Charakter in der Hinsicht, dass es darum geht, dass die Person oder dass die Malerin oder der Maler was über das aussagt, was er malt. Und das fehlt mir jetzt natürlich dann auch ein bisschen in den Arbeiten. Die Erzählungen sind immer noch da. Sie bleibt ja auch bei ihrem Thema. Da kann man jetzt nichts dagegen sagen. Aber tatsächlich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann die besagten Maler und Malerinnen zu sehen, schaut euch das mal an. Und da wüsste ich jetzt noch einen ganzen Schwung an anderen Künstlern und Künstlerinnen, die so vorgehen. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze nicht so viel Kollegen und Kolleginnen-Bashing war. Es ist aber so, dass ich den Film einfach machen wollte, weil es mich irgendwie wieder gepackt hat, weil ich einfach vor den großen Originalen standen bin. Und ich habe dann wieder gesehen, wie die Leute in Ehrfurcht davor erstarrt sind. Und das mag natürlich dann auch vielleicht auch dem Inhalt geschuldet sein, der sehr beeindruckend ist. Und der Hennwein hat natürlich schon einfach auch ein Thema und eben auch was zu sagen zu dem Thema. Also das ist natürlich eine Sache, die ich nicht in Abrede stellen möchte. Nur ist es eben auch so, dass mich dann auch diese Ausführung, wenn sie immer perfekter wird, und das ist natürlich auch in den sozialen Medien so, wenn ihr seht, dass das alles so perfekt und so genau gearbeitet wird, dass mir einfach auch diese menschliche Komponente fehlt. Und auch, wie schon erwähnt, diese Meinung der Künstlerin und der Künstler. Und dementsprechend freue ich mich auf gute Diskussionen in den Kommentaren. Lasst mir was da, diskutiert heiß mit. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn ihr ins Museum kommt und euch diese Werke mal anschaut, schaut genau hin. Und ich bin gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.